Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Farquay 3, mein Name ist Glabur, jawoll und... Oh, jetzt hör... Nein, so, wieder viel, viel weiter runter stellen, dies Maus, sonst ist es viel zu schnell in dem Spiel. So, ähm... Wir haben gesagt, wir wollen da jetzt hin und die machen... Ich hab jetzt gestern nicht aufgenommen, deswegen bin ich gerade... Muss ich mich gerade nochmal umschauen, auf jeden Fall da hin. Und dann weiter geht's an der Hauptquest. Oder Hauptaufgaben oder Hauptmerkmale, so wie wir es auch gerne aussprechen würden. So, hier ist auf jeden Fall nichts, dann da mal rausgehen. Vorne hätten wir noch ein grünes Kraut, das nehmen wir uns mal mit. Und wir werden uns auch nochmal grüne Kräuter gerade herstellen. Irgendwie kommt mir ja die ganze Sache mit dem Typ ein bisschen komisch vor. Alles klar, Dankeschön. Und haben wir noch Fertigkeitspunkte bekommen? Nein, haben wir nicht. Alles klar, weiter geht's. Ja, diese ganzen Felder... Oder wir haben ja schon ein paar Felder abgefackelt. Und wir gehen jetzt einfach hier mal rein. Der wartet ja schon eine ganze Weile auf uns, würde ich mal sagen. Die Piraten greifen Hoyts Drogenfelder an. Sie haben Bomben gelegt. Wir entschärfen sie. Okay. Bist du bereit? Blitzkrieg! Jetzt ernsthaft? Ich würde ihn ja gerne abschießen, irgendwie, ne? Wir nehmen auf jeden Fall uns hier weiter in die Kisten mit. Es gab einen Kampf. Ja, Hoyts wird deine Hunde zu den Leichen ficken. Super. Ich entschärfe die Bombe. Deck mich! Ich bin jetzt in der Hunde! Tötet sie! Ich bin jetzt mit mir holen! Ich bin jetzt nicht mehr! Bumbo! 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 Wo ist der Spacken? Komm da raus, Mann. Es brennt. Scheiße. Ja, jetzt komm, Mann. Ja, weiter. Ja, ich bin schon seit 50 Minuten fertig. Und du? Wo will er jetzt lang? Der macht mich ja ganz snabel, der Typ. Die dürfen die Bombe im Lagerbereich nicht entspannen. Und die Leiter hoch aufs Dach. Bereit mal. Amba. Alle, Amba, ihr. Komm her, ihr. Komm her, ihr. Komm her. Komm her, ihr. Weisackig. Heites knapp. Ach, jetzt nicht. Eine fehlt noch. Haben wir. Wo ist er hin? Jetzt hat er das eilig, ne? Ja, 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 ja. Mein Gott, die Mission ist ja mal richtig stressig. Oh. Alter, der drückt mir nur Headis. Jetzt hab ich ihn. Kann ich nachts besser schlafen? Ja, wie geil ist das denn? Ja, 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 ja. Tschüss, ich spät. Da sind wir schon. Bye. Arnold. Alles klar. Ja, wenn du fertig... Ich denke, du bist fertig, du voll in den Hors. Oh. Zeig der Pussy wie... Ja, lass mich doch da ran! Oh, Leute. Meine Fresse. Was soll ich denn noch alles machen? Ich brauche 50 Stunden, um eine Bombe zu erschärfen. Meine Fresse. Der Typ kotzt mich an. Ich hasse solche Missionen. Ja, wie der andere schon viel weiter vorne ist. Ich würde vielleicht erst mal auf den schießen, Follower's. So, diesmal nicht, mein Freund. Du glaubst nicht, dieser scheiß Hannibal hat mich. Die nächste, die letzte Bombe ist hier. Deck mich. So, jetzt aber, Leute. Besetzt das Geschütz da drinnen. Dann kann ich das besser schaffen, ne? Ich muss mehr auf die Karte achten. Nein, jetzt ist das Ding auch noch heiß gelaufen. Okay. Pass das. Pass das. Pass das. Die Situation ist entschärft. Oh ja, alles klar. Oh, Leute. Ja, ja. Wunderbar. Ich berichte heute, dass du mitgemacht hast. Das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch. Ja, noch mal dazu. Ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Bei einer verlassenen Bergbau-Kolonie in der Schlucht. Okay, ich sehe es mir an. Und denk an die Fotos von den Schuldigen. Oh. Situation entschärft. Tja. Anscheinend war das wohl doch nicht so, wie ich wohl gedacht hätte. Aber irgendwie traue ich dem Typen trotzdem nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir werden uns jetzt hier noch ganz kurz ein bisschen umschauen. Nehmen uns natürlich hier noch die gewisse Sachen mit. Da hinten hat auf jeden Fall noch ein Midi-Kit gelegen. Hier kriegen wir auf jeden Fall noch mal Munitionsnachschub. Und hier erste Hilfe. Aber da sind wir auch mit voll. Hier hätten wir noch eine schutzsichere Weste gehabt. Einen Raketenwerfer. Ja, Ingo. Klasse. Hätte ich mich hier mal vorher besser umgeschaut. Hier haben wir noch mal ein bisschen Geld. Money, money, money. Gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Ja, ich blum. Mal den schönen Joint bauen. So. Ich glaube. Ja, wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen die Leichen durchsuchen, würde ich sagen. Die Kohle kann man jetzt gut gebrauchen. Ist ja sehr actionreich hier alles. Aber Laune, 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 Laune. Nur dass der Penner so übelst lange gebraucht hat zum Bombenwirtschaft. Ah, nervig. So. Guck, da ist überall Money drin. Wir müssen ja auch noch ein paar Karten kaufen zum Aufdecken und sowas. Ein Päckchen Kokain. Ja, ich fass es nicht. Da hinten haben wir auf jeden Fall auch noch. Das lohnt sich. Jedes Mal 20 Dollar. Oder 32. Was kriegt der jetzt? Ah, 8 Dollar. Naja, gut. Das war jetzt mal der schlechteste, glaube ich, von allen. So, ich glaube, wir haben sie alle grob durchsucht, die hier so rumflatterten. Oh ne, da unten haben wir auch noch einen. Jawohl. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir jetzt hier abgeblieben sind. Wo sind wir denn geblieben? Wir sind auf jeden Fall hier. Jetzt könnten wir ja eigentlich den Sektor noch einnehmen gehen, ne, Leute. Weil das ist ja auch noch rot. Und wo ist unsere nächste Quest? Er hat gesagt, wir treffen uns. Warum sehe ich denn die Quest nicht? Da wäre die Quest, die aktuell ist hier. Ja, okay. Können wir ja jetzt erstmal den Posten einnehmen gehen. Und dann wäre das ja eigentlich alles schon ganz okay. Würde ich so zumindest so sagen. Können wir uns da irgendwie hin teleporten? Oder sind wir da jetzt am dichtesten dran? Ich würde sagen, wenn wir da hingehen, ist der Weg kürzer. Alles klar, gehen wir doch da mal hin. Vielleicht können wir uns da nochmal ein bisschen ausstatten. Dass da natürlich eine schutzsichere Weste vorhin drin gelingen hat, drehe ich mich ein bisschen auf. Da ich mich wieder nicht vernünftig umgeschaut habe. Und gerade in dem Spiel hier sollte man sich vorher ein bisschen umschauen. Aber gut, was soll's. Ich kann es halt nicht ändern. Und ja, hab halt so ein wenig die Arschkarte. Wenn man ganz ehrlich ist. So, jetzt mal gerade gucken. Wo geht's lang? Wenn wir hier mit dem Auto... Ist das die Nebenstraße oder ist das die Hauptstraße, Leute? Das wäre die Hauptstraße. Wir müssten aber in die andere Richtung fahren. Und dann hier die Nebenstraße entlang. Genau. Aber ich sage erstmal, vielen Dank fürs Einschalten bei Farquay 3. Mein Name ist Lamour. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Enkig mal wieder ein bisschen Action werden wahrscheinlich manche sagen. Enkig hat er an der Hauptquest mal weitergemacht. Ja. In dem Sinne habt ihr schon recht. Es wurde auch mal Zeit, dass ich hier weitermache. Ähm, ja. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.